Sie sagen, du kannst sein, wer auch immer du sein willst. Sie sagen, du wirst deinen Weg schon gehen. Aber woher weiß ich in dieser Flut aus Möglichkeiten, welches die richtige ist für mich? Wer sagt mir, wer ich wirklich bin, wenn alles um mich herum sich verändert? Andere sagen, du bist gut, so wie du bist. Warum sehe ich das oft nicht in mir? Ich habe manchmal Angst. Ist das normal? Warum sind alle auf Social Media immer so perfekt, nur ich nicht? Und wie soll Gott mir auf diese Fragen eine Antwort sein? Kann du Relate?